Ja, Grüß Gott, Servus, Habe die Ehre. Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute geht es um das Thema Energieeffizienz versus Immobilienwert. Also was ist meine Immobilie wert, wenn ich einen guten Energieeffizienzwert habe, wie A, A plus, B oder C? Oder was passiert denn tatsächlich mit meiner Immobilie, wenn ich einen schlechten Energieeffizienzwert habe von G wie Gustav oder H? Ja, und die Frage, die sich ja stellt, ist, was muss ich denn tun? Also wenn ich meine Immobilie verkaufen möchte, macht es dann Sinn, ja, Energieeffizienz hier nochmal zu sanieren? Also ich stecke da 40.000 Euro rein in mein Haus. Was kommt denn hinterher bei rum und macht das überhaupt Sinn? Und die erste Frage, ja, da wäre ich vorsichtig, weil Sie wissen ja nicht, Sie planen und Sie setzen um und Sie wissen gar nicht, ob es dem Käufer gefällt. Trotzdem stellt sich natürlich auch die Frage für Wohnungskäufer. Du hast eine Immobilie, die hat eine Energieeffizienz von E wie E-Mil. Und du stellst dir die Frage, was kommt denn künftig Kosten auf mich zu, wenn wir sanieren oder wenn wir sanieren müssen? Und jetzt ist es so, dass wir als Regionalverband, als Regionaldirektion des Bundesverbandes, des BVWM, also für den Bundesverband der Gebäude, die Modernisierer schon genau wissen, was da auf sie zukommt und das auch sehr, sehr gut rechnen können. Aber das sind ja immer Einzelfälle. Und das heißt, da wird sehr viel zu Fuß besorgt. Also man geht hin und schaut sich die Immobilien an. Und das ist schon mit Aufwand verbunden. Jetzt gibt es aber dank KI tatsächlich schon Möglichkeiten, das sehr, sehr präzise. Und da sind wir schon überrascht, wie präzise das funktioniert mit den Werten. Weil wir bisher immer dachten, es muss zu Fuß gehen. Aber nein, es gibt mittlerweile Möglichkeiten. Man hat in Deutschland 12 Millionen Immobilien gecheckt und analysiert. Und man kennt die Werte, man kennt die Energieeffizienzklassen. Und man kann auch sagen, wie viel muss ich investieren, um beispielsweise von einem E, und das steht ja im Energieausweis, da können Sie es immer nachlesen, wo Ihre Immobilie steht, von E auf B zu bringen. Also wie viel muss man einsetzen? Und das Entscheidende ist aber hinterher, ja, wie viel habe ich jetzt eingesetzt und was passiert mit dem Immobilienwert? Verpufft das einfach nur? Oder bringt es auch was? Und diese Fragen möchte ich gerne beantworten. Und ich möchte aber vorausschicken, wir können das mittlerweile für jede Immobilie Ihnen zur Verfügung stellen, mit Ausnahme von Mehrfamilienhäusern. Das ist ein bisschen tricky und ein bisschen aufwendiger. Aber was wir auf jeden Fall beantworten können, ist auch, spielt keine Rolle, ob es eine Wohnung ist, die wir da erfassen können, oder ob es ein Einfamilienhaus ist, ein Zweifamilienhaus. Oder was auch immer. Zu diesem Zweck würde ich jetzt meinen Bildschirm mal teilen, um Ihnen zu zeigen, was ich hier für Sie vorbereitet habe. Und zwar sehen Sie jetzt eine sogenannte Szenariorechnung. Die ist echt, wie auch die nächste Folie. Es sind echte Immobilien, die wir im Verkauf haben. An der möchte ich Ihnen einfach mal zeigen, was so eine KI mittlerweile greifen kann. Und zwar geht es hier um die Energieeffizienz. Wir sehen einmal hier eine Tabelle, hier oben mit Zustand, Verzeihung, mit Zustand und Ausstattung. Das heißt also, wenn wir die Immobilie in einem sehr schlechten, schlechten, mäßigen oder sehr guten Zustand haben, das können wir einmal klassifizieren. Und welche Ausstattung haben wir denn bei dieser Immobilie? Hier, die Unswege, die wir im Verkauf haben, hat einen sehr guten, also einen guten Zustand mit einer mittleren Ausstattung. Hier sagt diese KI, dafür gibt es einen Durchschnittspreis von 7.812 Euro. Der kann jetzt stimmen, der muss nicht stimmen. Den gucken wir uns sowieso immer noch mal Sachverständiger als Gutachter an, weil man mit Durchschnittspreisen nicht wirklich weit kommt. Aber es ist schon mal ein Anhaltspunkt. Und na ja, was wir haben ist, wenn wir auf stark gehoben gehen und sehr guten Zustand, sehen wir hier einen Wert von 8.801. Den wollen wir uns jetzt mal als Referenzwert nehmen, weil der zeigt uns jetzt, was passiert denn in welchem Zustand der energetischen Sanierung oder des Zustandes, was wir haben. Welchen Einfluss hat das auf den Immobilienwert? Wenn du A plus bist, das sind die Neubarten, bist du bei 8.801 und das ist top. Je schlechter dein Energieausweis sich darstellt, also von A bis B bis C, die wird ja gar nicht erfasst, weil das für dieses Baujahr nicht möglich ist. Das ist ein relativ neues Gebäude, was wir hier im Verkauf haben. Also da ist es ausgeschlossen, dass das D, E oder F ist, einfach Baujahr bedingt. Aber wir sehen, also wenn du hier C hast, beispielsweise sind es nicht mehr 8.801 als Durchschnittspreis, sondern 7.992. Und das ist ein Unterschied von 809 Euro auf dem Quadratmeld. Also da kommt ja schon ganz hübsch was raus. De facto bitte nochmal, Durchschnittspreise sind Durchschnittspreise und man muss jede Immobilie immer individuell anschauen und das mache ich als Gutachter natürlich auch. Das, um was es hier geht, ist eine Szenariorechnung, in welchem energetischen Zustand ist deine Immobilie und was hat das für Auswirkungen auf den Wert. Also wir sehen einmal, je schlechter der Energieausweis, desto schlechter auch der Immobilienwert. Jetzt gucken wir uns die andere Folie an, die ich für Sie vorbereitet habe. Hier steht auch ganz unten in der Fußzeile, dass es insgesamt eben mehr als 12 Millionen Immobilien sind, die hier als zuverlässige Quelle dienen. Aber schauen wir es uns mal genauer an und da haben wir uns vom Bundesverband schon gesagt, Sapralot, das ist echt ein erstaunlich präzises Ergebnis, wobei es natürlich immer mal eine Ausreißung nach oben oder unten gibt, aber wir können uns jede Immobilie individuell anschauen. Schauen wir uns das miteinander an. Wenn Sie eine Immobilie haben, und das ist jetzt wiederum eine Immobilie, die wir im Verkauf haben, eine Wohnung, die wir im Verkauf haben, die hat die Energieeffizienzklasse E, E wie E-Mail, und Sie sagen jetzt, ich möchte die von E auf B bringen. Das können Sie natürlich nicht alleine sagen als Wohnungseigentümer, sondern das muss die Gemeinschaft ja irgendwann mal beschließen. Aber wir können natürlich schon sagen, wenn du von E auf B kommen willst, ist aufgrund der Energieeffizienzklasse E die Immobilie in diesem Zustand, den wir vorher natürlich schon definiert haben. Also wir wissen, E ist Zustand E. Um auf B zu kommen, musst du dieses, das und jenes tun. Das bedeutet anteilmäßig für dich wieder als Wohnungseigentümer einen Kostenblock von 38.220 Euro und die sind sehr, sehr präzise. Die Stand heute, Datum heute, auf dich zukommen würden, wenn ihr beschließen würdet, das Hauseigentümergemeinschaft von E auf B gehen zu wollen. Jetzt neigen Immobilienkäufer häufig dazu, zu sagen, haha, vielen Dank für den Wert, den ziehe ich mal vom Kaufpreis ab. Und das ist nicht zielführend, weil unsere Verkäufer auf der einen Seite sagen, ja, ja, kannst du versuchen, machen wir aber nicht mit, weil de facto ist es so, wir haben ja auch eingepreist für E und nicht für B. Also wir preisen die Wohnung schon richtig ein, weil wir, wie soll ich sagen, Wunschpreise, der eine oder andere Immobilien-Eigentümer, der das Video jetzt sieht, der bei uns in der Datenbank ist und auch immer wieder mal unsere Videos anschaut, weiß es, dass ich nicht jeden Auftrag annehme, weil immer dann, wenn es Wunschpreise sind seitens der Verkäufer, nehme ich es nicht an, weil ich kein Wunschpreisefüller bin, ich bin Gutachter, Immobilien-Sachverständiger, ich kann den Marktpreis definieren, den können wir miteinander besprechen. Aber Wunsch- oder Mondpreise bringen wir nicht auf den Weg. Also wir stufen auf, wir bewerten auf die Energieeffizienzklasse E und sie brauchen 38.000 Euro, um auf B zu kommen. Faktisch ist aber, wenn sie auf B sind, erhöht das auch den Immobilienwert. Und zwar nach der Modernisierung sind wir dann bei 41.000 Euro. Das heißt, sie setzen 38.000 ein und erhöhen den Wert ihrer Immobilie entsprechend um 41.000 Euro. Das können wir jetzt runterrechnen, wenn sie als WG, wenn sie sagen, ja, wir wollen von E auf C, weil uns das reicht, wird sie das circa 28.000, 29.000 Euro kosten, erhöhen aber den Wert ihrer Immobilie nach aktuellen Marktgegebenheiten auf 33.000 Euro. Und so gibt es auch das Beispiel von E auf D, dass sie eben 20.000 Euro, 20.160 einsetzen und der Markt quittiert das mit einem Zuschlag von 25.700 Euro. Wichtig. Ich kann Ihnen das für Ihre Immobilie, für Ihre Wohnung, für Ihr Häuschen, ich kann Ihnen diese Berechnungen machen. Das Einzige, was ich dazu brauche, ist natürlich ein paar Daten zu Ihrer Immobilie und dann können wir diese Berechnung durchführen. Das, wenn Sie zum Beispiel für Ihr Rhein-Eckhaus, wenn Sie beschließen, Sie wollen hier 50, 60, 80.000 Euro oder 100.000 Euro einsetzen und wollen wissen, was passiert denn hinterher mit dem Immobilienwert? Ist es verbranntes Geld oder passiert was Positives mit dem Immobilienwert? Dann können wir uns das sehr, sehr gerne anschauen. Dafür gibt es dieses Video als Angebot. Ich brauche eine E-Mail von Ihnen, dass Sie sagen, ja, das interessiert mich, dann freue ich mich und dann würden wir das machen. Also Sie sehen, es gibt mittlerweile hervorragende Instrumente, um auch zu sehen, was passiert, wenn ich energetisch saniere, was passiert mit dem Immobilienwert und wo geht die Reise hin. In diesem Sinne bedanke ich mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ihr Michael Mühlmann. Servus. Jubbeliedeere. Jubbeliedeere. Vielen Dank.